Und einen wunderschönen guten Abend hier heute am 28. Juli 2019. Ja, wir haben es genau 20 Uhr. Herzlich willkommen im interaktiven Redesprachportal von Okitalk, der Talk von Mensch zu Mensch. Ja, mit Reden kann man was bewegen und in die Handlung gehen, heißt es natürlich auch. Und lösungsorientiert, so wollen wir uns hier präsentieren. Und heute zu Gast ist der Johann Krangel mit von Cannaway. Und das heißt heute, das heißt genau Cannaway, ne? Ja, ja, okay, steht zumindest da. Du darfst dir gleich vorstellen, bist gleich dran. Ihre sind hier schon live, wurde verbessert, alles ist gut. Und ja, wir sind heute, wie gesagt, interaktiv unterwegs. Das heißt, unser Telefon ist freigeschalten. Das Telefon vom österreichischen Festnetztelefon aus 0043, das ist die Landesvorwahl, 720 51819 und die 7. Und auch der Außenchat ist geöffnet, wo ihr einsteigen könnt. Wir haben natürlich wieder einen Artikel geschrieben heute zu Johann Krangel. Und da könnt ihr auch Kommentarfunktionen hinterlassen, wo wir uns drauf freuen. Ja, die Cannabis-Lüge. Harry Jakob aus Anzlinger, Drogenpolizist, der größte Drogenpolizist von Amerika, wollte den Alkohol verbieten, was ihm nicht gelang. Daher hat er die Lüge aufgebracht, dass Cannabis und Marihuana die Männer rauschig macht und die schwarzen Männer weiße Frauen vergewaltigen. Somit war das Todesurteil für Hanf besiegelt. Dieser negative Slogan wirkt bis heute. Ein wirklich guter Slogan. Er lehnt die Nutzung von Opium und Hanf auch zu medizinischen Zwecken ab. Und setzte sich als Mitglied der Drogenkommission der Vereinten Nationen in den 1960er Jahren für ein weltweites Verbot des Cannabis-Anbau ein. 80 Jahre sind genug. Der soziale Wandel hat begonnen. Cannabis-Fakten. Hanf ist eine der ältesten Kulturpflanzen. Diese wurden bereits vor Christus kultiviert. Sie diente schon als Klostermedizin im Mittelalter. 1900 wurden sie als Ersatz für Opium verwendet. Hanf ist eine Pflanze mit sehr vielen Inhaltsstoffen. Jetzt hat die EU den medizinischen Hanf wieder erlaubt. Ich kann nicht verstehen, warum unsere Regierung dagegen ist und den Hanf in Österreich wieder verbieten will. Wo erwiesen ist, dass der medizinische Hanf für sehr viele Krankheiten eingesetzt werden kann. Das unter der Aufsicht von Ärzten, darum appelliere ich an die Regierung, dass sie auch an die kranken Menschen denken und ihnen eine gesunde Hilfe zukommen lassen. Da alle Lebewesen selbst ein Endokannobidesystem in sich tragen, stellt auch der menschliche Organismus Cannobide selbst her. Wenn jedoch das Cannobidesystem im Körper versagt oder geschwächt ist, ist es sinnvoll, CBD-Cannobide von außen zuzuführen. Zum Beispiel CBD-Öle über 5% sind meist keine CO2-Einzeltrakte, sondern durch Mehrfachextraktionsverfahren verstärkt. Dieser vermindert jedoch die Qualität. Ich werde jetzt gar nicht weiterlesen. Es gibt nämlich da einiges zu sagen. Ich habe neben mir heute den netten Johann Krandl bei mir. Ich sage erstmal einen wunderschönen guten Abend zu dir. Schön, dass du erstmal bei mir bist. Du hast ja auch eine Reise auf dich genommen. Ich sage erstmal Hallo zu dir. Hallo, ich bin Johann Krandl. Ich möchte ihn gerne herzlich willkommen, Horsten, bei der Sendung. Ich hoffe, wir kommen gut drüber. Ja, das denke ich schon. Magst du ein paar Worte zu dir sagen? Wer du bist, was du tust, warum du das tust? Ja, ich bin eigentlich 68 Jahre alt. Ich bin zum Hanf gekommen, zum Hanföl. Und das hat mir geholfen. Und jetzt will ich natürlich auch, dass sehr viele Menschen das Hanföl kriegen. Aber nur unsere Regierung, wie du gesagt hast, das, was ich geschrieben habe, die sind ein wenig dagegen. Und das verstehe ich nicht. Ja, vielleicht kommen wir heute Abend auch auf dieser Frage ein bisschen intensiver ein. Es gibt halt Lobbyisten und wir haben Märkte. Und ich vermute, dass es da wohl dran liegt, warum man da so gegen vorgeht, dass man das nicht wirklich als medizinischer Aspekt oder auch Handwiss ist ja ein riesengroßes Thema. Man kann Möbel bauen, Autos bauen, man kann Dämmstoffe machen für Haus und Wohnungen, die nicht schimmeln. Man kann Papier machen, Jeans und, und, und. Etlich viel Lebensmittel. Kann man Hanfprodukte essen. Es ist so lecker und so vielseitig, was die Hanfprodukte doch mit sich begeben. Bitte? Sogar Bier gibt es. Sogar ein Hanfbier, Hanfschokolade, habe ich auch schon gehört. Ja, und diese ganzen Sachen. Du hast ja so ein bisschen vorbereitet, auf jeden Fall. Möchtest du eine Homepage bekannt geben für heute? Hast du da was? Ich habe nichts. Ich habe überhaupt nicht meinen Vortrag, was ich immer halte. Also gestern das erste Mal. Ich bin noch ganz frisch. Gut, dann hast du heute bei uns deinen Vortrag zum zweiten Mal. Das heißt, es ist auch erstmal wunderschön, dass du dich überhaupt auch dafür einsetzt. So finde ich. Und ja, legen wir doch einfach mal los mit deinem Vortrag, so würde ich sagen. Ja. Und wir kommen heute natürlich auch zum Thema Cannabis-Lüge noch drauf ein. Ja, das können wir später dann machen. Also Gesundheit ist eine Aufgabe und nicht ein Geschenk. Das sagt der Sebastian Kneipp. Die moderne Medizin kümmert sich um deine Krankheit. Davon lebt sie. Um deine Gesundheit musst du dich selber kümmern. Davon lebst du. Dann gibt es die fünf Säulen Gesundheit nach der Kneippischen Lehre. Das ist eine Schulmedizin. Da gibt es Ernährung, Bewegung, Wasseranordnung, Lebensordnung. Und mittendrin sind die Heilpflanzen. Das ist das Wichtigste. Heilpflanzen. Jedes Unkraut ist eine Heilpflanze. Was viele nicht verstehen. Ein Cannabis-Proportion, 80 Jahre, das sind genug. Also der soziale Wandel beginnt gerade. Dann gibt es Cannabis ist eine der 50 grundlegenden Kräuter, in denen das DM ist. Cannabis, Indica, Marihuana, kein Industrieverwendung, hoher TPC-Inhalt. Aber der medizinische und technische Nutzen von hohem CPG-Inhalt hat Cannabis-Arznei. Das Jahr 2018 ist Cannabis-Sativa. Und da steht Hanfweg 50.000 plus Nutzen. Es wird dir helfen, alle Bereiche deines Lebens zu verbessern. Es ist ein wichtiger Teil unserer Evolution und unseres Ökosystems. Unser Körper ist darauf aufgebaut, es aufzunehmen. Hanf auf diesem Wälder rettet die Wälder. Wenn man mal schaut, das Hanf ist für Futtermittel geeignet. Baustoffe, Dämmstoffe, Klostermedizin, ätherische Öle, Kunststoff, textilen Kleider, Papierkarton, Nahrungsmittel, Medizin, Lampenmüll und technisches Öl. Bioenergie, Biosprit und Tierstreu. Hanf hat ca. 50.000 überragende Eigenschaften. Wenn diese genutzt werden, könnten die meisten Probleme in der Energieversorgung, in der Umwelt und der Natur, im Gesundheitswesen und in vielen anderen Bereichen umweltfreundlich und dauerhaft gelöst werden. So, dies muss man sich einmal vorstellen, dauerhaft gelöst werden. Das tun wir weg, oder? Wie du möchtest. Da ist ja das Film bekannt, wo schon im Jahre 1900, kurz nach 1900, gab es ja der Ford, der Erfinder von Ford. 1941 war das, und dort wird das Hanfauto auch gezeigt, da hat jemand mit dem Hammer draufgeschlagen, dass es eigentlich nicht mal eine Delle gibt. Rosten tut es nicht. Ich spiele es jetzt vor, jetzt ist es doch besser. Es wurde 1941 mit Zellenosefasern aus Hanf, Sisal und Weizensproh gebaut und sollte mit Hanföl betrieben werden. Das Plastik war leichter als Stahl und konnte trotzdem zehnmal mehr aushalten, ohne zu verbeulen. Da schlagen Sie jetzt gerade mit dem Hammer drauf, man sieht keine Bulle. Das ist Wahnsinn, ne? So, bis 1920 wurden 80% Medikamenten aus Hanf hergestellt. Das muss man sich einmal vorstellen. Du gibst Cannabis Indica, dann Cannabis, da wieder Cannabis Indica, das ist ja, man kann es sich nicht vorstellen. Dann Haschisch, Asthma, indische Zigaretten für Asthma und ohne Hanf hätte Kolumbus Amerika nicht entdeckt. Segeltücher und die Seile seiner Schiffe waren auch aus Hanf. Also das ist gewaltig. Um 1960 lobte die US-Landeschaftsministerium die Pflanze, weil sie in der Papierherstellung so nützlich war. In der Industrie war der Hanf äußerst beliebt. Henry Ford, Autopionier, stellte in 1941 das sogenannte Plastikauto vor. Bei diesem Autoentwurf wurden Karosserieteilen aus einer Hanf-Soyafassermischung hergestellt. Was einerseits die Schlagfestigkeit erhöht und andererseits das Gewicht senkte. Hanf wurde im Jahr 1937 von der US-Zeitschrift Popularmediker zum Milliarden Dollar Feldfrucht ernannt. Menschen wurden mit Enter-Kanapionidensystem geboren. Enter-Kanapionidensystem ist das, dass Canopy der menschliche Körper selber erzeugt. Das heißt aber auch ein bisschen anders. Das sind die körpereigene Kanopiide, die wir haben. Genau, die muss man haben, jeder hat. Und wenn die natürlich aus dem Gleichgewicht geraten, dann werden wir krank. Das ist die Homöostase, die Stimmung, Schlaf, Immunsystem, Schmerzen, empfindlich und so weiter. Wichtig, was das Anakapionidensystem schützen will, sind Homöostase. Das heißt, sicherzustellen, dass der Körper jederzeit optimal funktioniert. Reguliert, stimuliert die Hormonproduktion, wechselt Beschwerden. Dann gibt es die CB1-Rezeptoren. ECS hat ein CB1-Rezeptor im gesamten Gehirn- und zentralen Nervensystem. Die Menschen denken immer an den Kohlenhydratstoffwechsel, an den Fettstoffwechsel, an die Darmgesundheit, aber nie an den Hirnstoffwechsel. Und das kann ich mit Handfüll ansprechen. Zum Handfüll fällt mir auch der Rick Simpson ein, vielleicht bekannt. Er hat ja Krebs gehabt, hatte überall Metastasen und hat dann sein eigenes Handfüll angebaut und hat sich selbst damit etwas Gutes getan. Er ist wieder gesund. Gott sei Dank. ECS sichert die Kommunikation zwischen Hirn und Körper. ECS entsteht am Anfang der Föderfüllation, also der Entwicklung von Kleinkinder. ECS spielt eine entscheidende Rolle in der Frühentwicklung der Kinder. Die CB2-Rezeptoren bieten aktiven Zählenschutz reguliert und erhält ein gesundes Immunsystem sowie enorm hilfreich bei Osterperose, unterstützt bei Erhalt der Ktochenmasse. Vitalisierung des ECS steigert die Stimmung und wirkt als Antidepressiva. So, das muss man sich vorstellen. Der Antidepressiva, da wirst du ein wenig hei, aber da nicht. Also das unterstützt das wirklich. Vitalisierung des ECS hat einen positiven Einfluss auf einen gesunden Schlaf- und Zellenregeneration. Das ist auszubringen. CBS1 und CBS2-Rezeptoren befinden sich auch auf der ganzen Hautoberfläche des Körpers. Das Vitalisieren des ECS unterstützt bei der Bekämpfung von Hautproblemen das Alterungsprozess und bei der niedrigen Vitalität. Also das habe ich gehabt, das kann ich bestätigen, das hilft wirklich. Die Vitalisierung des ECS unterstützt sportliche Leistungen und verkürzt die Regenerationszeit. Minimiert Krämpfe, reduziert Muskelschmerzen und bekämpft alte Verletzungen. Reduziert das hormonale Stresspegel und verbessert die mentale Leistung. CPT wurde 2018 erstmals bei Olympischen Spielen offiziell erlaubt. Die WADA hat eigentlich das Verbot von CPT aufgehoben. Also jeder Sportler kann jetzt CPT Öl nehmen. Das ist sehr wichtig. Amp ist Medizin. WHO empfiehlt Neuregulierung von Cannabis. WHO ist eine Zeitschrift. Ob ich mir sagen lassen. Weltorganisation. Ja, Welt. Vitalisierung des CPT reduziert Entzündungen und Schmerzen. Das kannst du leider nicht sehen. Ich habe da ein Bild, wo es überall angewendet wird und wo es Schmerzen regularisiert. Vitalisierung des ECS schützt das Organismus vor schädlichen Substanzen. Kann ich bestätigen, das hat mir geholfen. Erhöht die Entgiftung und Regenerationsfähigkeit von Leberzellen. Warum verschreibt man Medikamente in den Ausschriften? Da haben wir wieder einen Ausschnitt von Deutschen Doktor, dem CDF. Wir haben Wirkmechanismen, die wir kennen und die bei richtigem Einsatz nicht rauserzeugend sind, sondern die schlicht und einfach Schmerzkontrollsysteme ansprechen. Und da machen unsere Patienten dann recht. Sagen wir, die natürlich im täglichen Leben mit Substanzen und Lieberweiten gefährlicher sind als keine Visterivate. Wenn ich nur daran denke, wie viele Tote wir durch einfache Substanzen wie Entzündungshemma, also Diclofenac und Ibuprofen, die das ja haben in Deutschland. Das sind nicht nur 3000 Tote durch Magenglutungen von diesen Medikamenten, die frei verkäuflich sind, sondern das sind Schlaganfallpatienten, das sind Herzinfarktpatienten. Eine von 2000 Diclofenac-Patienten erleiderten Schlaganherzinfarkt. Das alles sind Daten, die eigentlich zu denken geben müssen. Und im Vergleich dazu ist der medizinisch sinnvolle Einsatz von Cannabis natürlich harmlos, dass es eine Substanz, die all diese Nebenwirkungen nicht hat. Das war ein Doktor von Deutschland. Und da schreibt man, da hat Margit für mich einen Vortrag gehalten, und da schreibt eine Schulkollegin von mir, Hallo Margit, wir sind ganz happy. Die Nierenwerte und die Entzündungswerte von meinem Mann sind komplett normal. Das muss ich geben, das war eine Woche später. Jetzt gehen wir weg. Und da schreibt er eine, das muss ich euch einfach zeigen. Also zeigen kann ich es euch leider nicht, aber wir sind so gut wie möglich. Der Grotter hat auch Hüftleiden. Auf der rechten Hinterfuß hinkt er. Täglich fünf Tropfen ins Futter, natürlich ohne das Wissen von ihrem Mann. Und siehe da, es geht voran. Er trinkt im Stehen, nicht im Liegen und geht beschwerdefrei. So, wenn man das in die Bilder sieht, das kann man nicht glauben. Dann für Schuppenflechten hilft es. Da haben wir auch Salm dazu. Da gibt es ein gutes Salm dazu. Dann da, da ist auch das Glesinger. Hallihallo, meine Lieben, ich habe seit Jahrzehnten ein atomisches Exzen. Nicht hat geholfen. Kein Ultrapass aus der Apotheke und australisches Rosasmeersalz-Vaseline zum Versiegeln. Patenteme Plus nur, damit die Entzündungen weggehen. Vor einer Woche die Erlösung. Da hat er die Grenz-Nummer, also die Salm-Nummer und schaut selbst, das können Sie jetzt nicht sehen. Also die Hand, er sieht sie, er sieht sie, er sieht sie neben mir. Ich kann es nicht sagen, die Hand schaut wahnsinnig aus. Die Linke und gegen die Rechten, das ist ein großer Unterschied. Ja, das sieht man ganz gut, natürlich. Ihr könnt es nicht sehen. Aber es gibt sicherlich auch Bilder und auch Erfahrungsberichte im Internet. Und die Teufelsgrenze. Dr. Blas, haben wir wieder zugehalten. Die ist auch mit dem Bier verwandt. Bier wird ja auch gebraucht, das Hanfpflanzen, so nebenbei erwähnt. Der Hanf produziert eine Substanz und die ist Cannabis. Und dieses Cannabis hat in der Medizin einen sehr, sehr großen Wert. Warum? Weil wir in unserem Körper, das wisst ihr wahrscheinlich nicht, auch selbst Cannabis produzieren. Das heißt zwar nicht Cannabis, das heißt Anandamid, wird aber von uns allen hier fast in jeder Körperzelle produziert. Wenn wir das nicht hätten, könnten wir nicht leben. Und wenn dieses Cannabis-System aus dem Gleichgewicht gerät, dann wird man zum Beispiel krank. Da gibt es viele verschiedene Krankheiten. Und das können wir zum Beispiel mit der Cannabis-Medizin sehr, sehr gut ausgleichen. Vielleicht reden wir über die Cannabis-Medizin dann im zweiten Teil der Sendung. Jetzt würde mich interessieren, ist Cannabis eine Einstiegsdroge? Dieses Wort Einstiegsdroge gibt es seit den 30er Jahren. Das ist ein negativer Slogan, den ein Herr namens Enzlinger, der größte Drogenpolizist aller Zeiten, erfunden hat. Und dieser Drogen, also dieser Slogan wirkt bis zum heutigen Tage unglaublich. Guter Slogan. Aber es stimmt nicht. Cannabis ist natürlich keine Einstiegsdroge. So wie die junge Dame gesagt hat, Einstiegsdroge sind Kaffee, Einstiegsdroge sind Zucker, Einstiegsdroge ist Alkohol, Einstiegsdroge ist Nikotin, Einstiegsdroge ist dieses und jenes. Ich habe Kurt Blas zu Wort kommen lassen. Cannabis als Medizin, Kurt, bei welchen Krankheiten? Ja, wenn ich alle Krankheiten aufzählen würde, würden wir hier zwei Stunden sitzen. Und ich würde eine Diagnose nach der anderen herunterbeten. Die wichtigsten Diagnosen, die, ich sage mal, was zu mir in die Praxis kommt, sind Multiple Sklerose-Patienten, chronische Schmerzpatienten, die austherapiert sind, Patienten mit Depressionen, die die Antidepressiva nicht vertragen, Burn-out-Patienten, also jeder von euch hat heute in der Familie jemanden, der burned out ist, der ausgebrannt ist, der fertig ist. Dann zum Beispiel Rheuma-Patienten, Patienten mit einem Tourette-Syndrom, eine neurologische Erkrankung, die sehr bunt ist. Die Patienten laufen auf der Straße herum, haben überschießende Bewegungen, schlagen mit dem Kopf gegen die Wand, schreien, geben Schimpfwörter von sich. Eine Erkrankung, die von der Schulmedizin nicht beherrscht wird. Natürlich Krebs. Das ist aber ein ganz besonderes Kapitel. Man muss schon dazu sagen, dass Cannabis aus zweierlei Gründen bei Krebs eingesetzt werden kann. Zum Ersten, so wie der Herr Dürerker gesagt hat, die Begleitung, die Begleitung des Sterbenden, die Begleitung des Ausgezerrten, die Begleitung des kranken, todkranken Menschen, eine ganz wichtige Sache. Durch Cannabis wird die Depression aufgehellt, die Stimmung verbessert. Sozusagen die Kommunikation mit der Familie ist wieder da und möglich. Das ist mit Opiaten nicht mehr möglich. Da schläft man. Da ist man zugedröhnt. Und zweitens, das ist allerdings sehr neu, Cannabis selbst, allerdings nicht THC, sondern ein zweiter Stoff, der nennt sich CBD, Cannabidiol, wirkt gegen die Krebszelle selbst. Man kann mit Cannabidiol die Krebszellen abdöten. Man kann mit Cannabidiol auch verhindern, dass Krebszellen weiter fortschwimmen, im Blutkreislauf, im Lymphsystem und Metastasen setzen. Auch die Metastasen können nicht mehr Platz nehmen. Warte mal, das ist jetzt aber schon, wenn man das hört, das wird einen Tsunami auslösen. Das wird es und dieser Tsunami hat bereits bei mir begonnen. Ich sage es euch, es gibt so viele Menschen in schwersten Nöten, die bei mir anrufen. Die Wartelisten sind unglaublich lang. Ich bitte, ich bitte alle Kolleginnen und Kollegen, die heute zuschauen und zuhören, helft mir, unterstützt mich. Nehmt bitte Leute auf, die mit diesen Nöten zu euch kommen. Aber wer zahlt denn das, die Behandlung mit diesen Nöten? Das ist eine gute Frage. Das ist wohl die Zürcherfrage. Oder was kostet das? Also in Österreich kostet eine Behandlung mit künstlichen Cannabinoiden so zwischen 400 und 800 Euro im Monat. Das kann sich wohl niemand leisten. Das war der Partauketzen. Wir müssen dann das Mikrofon wieder ein bisschen umschalten. Genau. So geht es wieder. Ja, so geht es wieder. Das war jetzt nur ein Vortrag, also da hat man sehr viel rausgehört, wo Cannabis eigentlich alles hilft. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und jetzt kommen wir weiter. Die vielen positiven Wirkungen, aber kein Montermittel. Das Wirkungsspektrum von CBD ist extrem breit. Viele der möglichen therapeutischen Effekte von Cannabinoid und Biodol werden derzeit erst von Fachleuten untersucht. Wirkt muskelentspannend, löst Krämpfe, wirkt entzündungshemmend, brückt Arterienverkalkungen vor, wirkt schmerzhemmend, hilft gegen Epilepsie, wirkt angstlösend, hilft bei Depressionen, hilft bei psychischen Schüben, schützt die Nerven, wirkt gegen freie Radikale. Stärkt die Knochen und fördert ihr Wachstum, stimuliert den Appetit. Appetit, also ich muss ehrlich sagen, weil ich bin ein wenig dicker, ich nehme an, das hilft auch dazu. Ich komme ja aus der Psychiatrie, gerade in der Kinder- und Jugendpsychiatrie und da weiß man, dass das ein Appetitanreger ist, gerade bei der Anexia nervosa, bei der Magersucht hat man das mit eingesetzt. Und die nimmt der Frau ab. Beruhigt den Darm, hilft gegen Übelkeit und Erbrechen. Also man sieht, wenn man das lest und sieht, für was das alles hilft, frage ich mich wirklich, warum man das verbietet. Ja, die Antwort ist ja ganz eindeutig, aber da gehen wir gleich mal zu unserem Publikum rüber, um zu gucken, ob die gleich Antworten haben. Mach du ruhig mal, bist du fertig schon oder geht es weiter? Nein, das ist schon jetzt. Dann führ mal in Ruhe weiter. Das hilft gegen Alzheimererkrankungen, gegen Aminotrose, Latrose, Arthritis, Autismus, Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Fibrominali, bitte entschuldigt zu werden, die Werte nicht, ob ich richtig ausspreche, gegen Lungenerkrankungen. Auf jeden Fall gegen eine ganze Menge. Eine ganze Menge, ja. Und ja, nicht umsonst sagt man auch, die heilige Pflanze ist das Marihuana. Natürlich geht man immer, wie wir vorhin schon gehört haben, es ist eine Droge. Und es gibt ja auch diese Werbespots, die geschrieben worden sind damals, um diesen Lobbyismus zu ertränken, dass Cannabis Männer zu aggressiv machen und die Frauen sich dann oder auch die Männer sich einfach nach dem Joint rauchen, dem Fenster rausstürzen, angeblich bringt man sich um. Damit wurde damals vor langer, langer Zeit, ja, geworben, um dieses Marihuana mit unter einem Deckmantel, wie gefährlich es doch sei, gedeckt. Und ich sehe es immer so, Marihuana ist eine psychogene Droge. Ich bin selber Drogenentzugsfachpfleger. Und wenn ich mal den Vergleich mache zum Alkohol, dann muss ich feststellen, Alkohol ist eine harte Droge, die wir ja legalisiert haben, eine harte Droge. Und ein Marihuana, da hat sich noch nie jemand tot gekifft, so sage ich mal. Und man muss ja auch nicht immer denken an Marihuana und kiffen, sondern Marihuana hat auch die Möglichkeit, indem man Tee kocht zum Beispiel, als Einschlafhilfe, wenn Menschen eine Schlafstörung haben. Und man kann Tee trinken, wie gesagt, man kann Kekse machen. Und wie viele Tabletten nehmen wir heute ein von unseren Apothekern, verschrieben über unseren Arzt. Natürlich muss man immer Rücksprache halten. Was habe ich für eine Erkrankung? Und wie können wir vorgehen? Jedoch ist das immer ein guter Begleiter, ein guter Freund, so sage ich mal, was der Alkohol nicht sein kann. Und wenn man jemand anders dementsprechend auch auf die Kanopide reagiert, muss es ja nicht für alle gut sein. Aber für viele ist es sicherlich besser, wie wir heute sehen, wie wir heute eine Behandlung machen. Wenn man Medikamente im Vordergrund stellt, die 99% Nebenwirkung haben und 1% Wirkung haben. Und dann mal sieht, was die Leber zu tun hat, was der Körper zu tun hat. Die schleichende Vergiftung und Entgleisung von vielen anderen. Nebenwirkungen, die ja dementsprechend auf unseren Körper ausgelegt sind. Die Nebenpackungsbeilagen sind ja enorm lang. Das kommt mal jetzt von mir. Aber du hast da jetzt auch noch was, sehe ich. Möchtest du da mal weiter anknüpfen? Ja, du möchtest da noch was sagen. CBD-Öle über 5% sind meist keine CO2-Einzelextrakte, sondern verstärkt mehrfach Extraktionsstufen vermindern die Qualität. Das wird erhitzt und damit ist auch die Verminderung da. Das hilft nicht mehr so. Weil es fehlen dann die ganzen guten Inhaltsstoffe von der Pflanze. Dann sind wir dann fertig. Mit meinem Vordruck bin ich jetzt am Ende. Ja. Dann fragen wir doch mal, ob es da schon mal ein paar Wortmeldungen gibt. Ich sehe auch, dass der Franz Reutinger heute bei uns ist. Ist ja auch ein Kenner. Ich weiß das. Der Gunther ist auch da. Und heute haben wir das Thema, ja, die Cannabis-Lüge, die wir gleich eingehen. Jetzt mal kurz eine Einleitung war das letztendlich. Was ist denn das Spektrum des Cannabis? Und wir haben jetzt gehört, was man alles herstellen kann für gute Sachen. Wir haben gehört, was der Gesundheit Gutes tun kann. Und vieles haben wir gehört, Krankheiten, dementsprechend, wo man zeitweise wirklich lange braucht, um ein gewisses Krankheitsbild zu bereinigen, sage ich jetzt mal, kann man auch durch Cannabinoide in einer schnelleren Heilform schon mit sichtlichen Erfolgen präsentieren. So muss ich das sagen. Ich bin jetzt hier, erst mal rufe ich den Roman. Roman Reuder ist heute bei uns im Studio und von KryptoTV. Du hast gehört von unserem Herrn Johann Krangel. Er macht heute seinen zweiten Vortrag. Deswegen ist er auch noch nicht so ganz flockig unterwegs, was ja auch gar nicht schlimm ist. Ich finde es überhaupt schön, dass man mit deinem Alter, 68 hast du gesagt, sich da hinsetzt. Und auch dieses Thema in dem Alter annimmt, muss ich sagen. Dankeschön, dass es auch Menschen gibt, die im Alter mitdenken, mitfühlen und auch ihre Meinung nach außen tragen wollen. Finde ich sehr gut. Roman Reuter, guten Abend. Bist du denn am Mikrofon? Ja, hallo ihr Lieben. Natürlich bin ich hier bei so einem wichtigen Thema. Da möchte ich doch auch immer wieder etwas Neues erfahren, obwohl ich mich eher schon sehr gut auskenne. So wie du, habe ich auf der Drogenpsychiatrie lange gearbeitet, bis mir dann auch zu viel war. Ja, es ist ja traurig, was wir mit unserer wichtigsten Kulturpflanze gemacht haben. Das zeigt auf, wie dekadent unsere Gesellschaft an sich schon wirklich geworden ist. Und Johann, du machst das wirklich toll, weil wir haben jetzt so viele Sendungen auch schon gehabt bei Occi Talk über die ökonomischen, wirtschaftlichen Aspekte. Medizinisch ist es eher mal wieder richtig wichtig aufzudröseln, was die Pflanze so drauf hat. Und da muss man kein Professor sein, um so etwas wiedergeben zu können. Wichtig ist, dass du schon wieder mal alleinig aufzeigst, wie leicht es doch schon ist, anhand dieser vielen Fakten, die schon präsentiert werden, so ein tolles Bild zu basteln. Da müssen wir alle keine Professoren sein, um richtige Wörter lesen zu können. Wichtig ist, dass wir es aufzeigen. Danke dir auch für das tolle Thema. Ich meine, jedes Lebewesen hat seine spezielle Wurzel-Lebenspflanze, sage ich immer so schön. Und jedes Menschen ist einfach nur mal der Hanf. Die Grundpfeiler, wo es der Hanf hat, sind eben so Werkstoffe, Medizin, Nahrung, sogar ein Umweltschutz, weil es ja auch verseuchte Böden wieder regenerieren kann. Es ist ein Pfeiler für die Kunst schon immer gewesen, für die Konzentration. Es befriedet, eben haben wir auch heute schon festgestellt. Ja, es wird als Droge bezeichnet. Meiner Meinung nach ist es ein Genussmittel. Bier wird als Genussmittel unserer Gesellschaft ja bezeichnet. Ich möchte auch etwas erzählen aus meiner beruflichen Laufbahn als psychiatrischer Drogenpfleger. Wir haben die Alkoholkrankten, die zu uns gekommen sind, um wieder clean zu werden, die waren beinahe in einem Koma. Die haben Koliken gehabt, die haben wir festbinden müssen, damit sie sich selbst nicht verletzen. Die waren immer an der Schwebe von Tod und Leben, um sich wieder reinzuwaschen von Alkoholkonsum. Der Klaus hat es wunderbar gesagt. Da gibt es keine Suchterscheinungen bei den Hanf, Cannabis, Marihuana, wie wir das auch immer in unseren Regionen nennen wollen. Also es deckt einfach ökonomisch alles ab, wie keine andere Pflanze. Und ja, ich glaube, dass wir uns da jetzt noch eine tolle Diskussion heute erfreuen mit dem Gunther und Frank und der Marc ist auch da super. Das sind alles so richtige Spezialisten, die ich schon mitgekriegt habe. Ja, danke dir erstmal, Roman. Hast du ein paar Worte? Ja, ich möchte auch sagen, danke, Roman, und auch danke für dein Lob. Das hat mir sehr aufgeholfen, bin ich wieder aufrechter, jetzt fühle ich mich schon ein bisschen besser. Und jetzt warte noch auf weitere Anrufe, bitte. Ich stehe euch gern zur Verfügung. Dann gehen wir mal weiter. Marc Wale ist da und sagt einen guten Abend, Marc Wale. Marc Wale ist da und hat ein Lieblingsthema. Seit ich 14 bin, darf ich meine Geschichte kurz erzählen, sind fünf Zeilen. Bitte, gerne. Also mein Bruder gibt mir Marihuana mit 14. Mit 16 geht es dann durch die Technopartys, bis ich 18 bin. Dann kam eine Polizeiverfolgung in Bayern zusammen. Die haben es mir ausgetrieben, bis ich 40 war. Und jetzt seit drei Jahren kiffe ich wieder. Also ich muss sagen, ich habe keine negativen Erfahrungen damit. Ich habe eigentlich auch ein Lied jetzt dabei. Das habe ich dir per Skype geschickt. Da singe ich, wir kiffen Marihuana Liga leise. Das ist ein großes Thema. Die hatten das beim Bundestag, haben es abgelehnt zu legalisieren. Das war sehr traurig. Und ja, ich freue mich über diesen Vortrag aus Österreich. Viele Grüße aus Bayern. Es gibt mittlerweile Cannabinoide auch zum Sprühen, zum Inhalieren und auch auf E-Zigarette auf Basis von E-Zigaretten-Liquid. Wie wollte ich noch sagen? Danke dir, Marc. Und ich sehe, der Jenne ist auch bei uns. Gunter und auch der Franz Reutinger ist da. Seid ihr denn auch am Mikrofon? Guten Abend, Jenne. Hallo, schöne Grüße. Was fällt dir dazu ein, die Cannabinoide, Marihuana? Ist das für dich auch so, diese abschreckende Wirkung, Droge, was ja heute viele Menschen auch in der Gesellschaft sagen, weil sie dementsprechend informiert worden sind? Wie siehst du denn das Thema Cannabis-Lüge? Möchtest du was sagen? Ich möchte noch kurz sagen, das ist nämlich das Thema, warum ich heute eigentlich zugesagt habe, heute da zu sprechen, weil sehr viele Leute glauben, es handelt sich um Rauschgift. Sie verstehen das nicht. Entweder wollen sie es nicht verstehen, oder sie gehen zum Arzt, der Arzt sagt natürlich, das ist eine Droge, und dann sieht man, was rauskommt. Also es ist eine psychogene Droge, das heißt, morgens, wenn ich einen Kaffee trinke, kann ich süchtig werden vom Kaffee, von der Schokolade, vom Zucker, die größte Droge, darf man sagen. Es hat sich noch nie jemand tot geraucht. Wie gesagt, wir haben auch gerade Wege genannt, dass man auch Marihuana, Cannabis, die Cannabinoide, auch mit einem Tee oder mit einem Kakao oder halt einem Keks und was auch immer zu sich nehmen darf und kann. Und vor allem haben wir auch die Wirkungsgrade schon gesagt, wo es auch überall einsetzbar ist. Und da gibt es kaum ein Feld, was nicht einsetzbar ist. Also ich selbst bin Drogenentzugsfachpfleger und kann nur sagen, wir haben damals gelacht, wirklich, selbst die Ärzte, ich sage es ganz trocken heraus, wir bekommen gleich eine Aufnahme, ein THC-Abhängiger. Wir grinsen uns alle nur noch an. Ja, weil wenn man weiß, was Drogen sind und ein Alkoholentzug, wie der Roman auch gesagt hat, dann geht es ins Delirium zwischen Tod und Leben, Fixierung, Wasser drauf, Inkontinent, halt Ausscheidung nicht mehr unter Kontrolle. Das ist ein sehr, Delirium ist ein sehr, sehr schwere Nebenwirkung, wenn man wirklich in der Sucht, in körperlichen Abhängigkeiten verhaftet ist. Und ein kalter Entzug jetzt auch über Heroin oder Sonstiges ist was ganz, ganz Schlimmes, hat viele Schmerzen zu verursachen. Deswegen gibt es ja auch die Entzugsstationen. Und wie gesagt, da braucht man gar nicht über ein Marihuana reden. Man soll es auch nicht alle verherrlichen, das möchte ich auch sagen. Über jedes Substanz, alles erstmal in Maßen ist wichtig und Aufklärung ist wichtig. Aber wo bekommen wir heute Aufklärung, wenn wir das Thema Alkohol ansprechen oder das Thema der Medikamente, der Abhängigkeiten ansprechen. Da wird nicht wirklich drüber geredet. Die Packungsbeilage ist sichtbar und dann will man noch nicht mal, dass man da wirklich reinschaut. Weil das sind ja so viele Nebenwirkungen. Ja, aber dafür müssen wir doch schon wissen und entscheiden können, was nehmen wir denn wirklich zu uns. Und wenn eine Krankenschwester abends hereinkommt in ein Spital, was möchten sie denn zum Schlafen haben? Dann gibt es Chloraltorat und viele, viele Medikamente im Angebot. Zum Beispiel Schlafmedikamente, die dann auch noch abhängig machen. Da frage ich mich, wieso kann man nicht hingehen, welche Cannaboide wollen sie denn haben? Heute eine schwache Substanz, eine mittel- oder eine etwas stärkere Substanz? Ja, damit wüsste man aber, dass man den Schlaf eher vielleicht bekommen kann dadurch. Und die Nebenwirkungen sind nicht da, sondern auch die Cannabide im eigenen Zellhaushalt, im eigenen Körper- und Immunsystemhaushalt werden dadurch auch wieder gestärkt. Also da frage ich mich manchmal wirklich und deswegen Cannabis-Lüge. Warum haben wir denn diese Cannabis-Lüge? Ich habe es anfangs schon gesagt, lieber Johann. Ich habe gesagt, wir haben wohl vermutlich den Kapitalismus da, den Lobbyismus da, die Pharmaindustrie da, die ja ihre Geschäfte auch machen wollen. Und das ist unser System. Ja, sogar die ganzen Industrien. Deshalb haben die da auf der Frau gelebt, dass das was abgeschaffen worden ist. Richtig. Wir haben heute die Seile angesprochen, die Taus von den guten Schiffen, Kolumbus hast du angesprochen. Kolumbus wird der Amerika nie entdeckt. Die Textilindustrie, wir haben ein paar Plastik da, wir haben Chemiefasern da, statt eine kühlende Wirkung zu haben. Es hat ja nur Vorteile. Deswegen betitle ich auch diese Pflanze als heilige Pflanze. Und die Cannabis-Lüge, ja, es ist meines Erachtens sicherlich eine Lüge, nur weil es unbequem ist, weil man die Menschen dadurch in einer Abhängigkeit, wie man heute die Märkte halt beobachtet, erhält letztendlich. Ja, bitte. Ich frage mich nur, wo wirst du abhängig? Von Cannabis, also von dem CBD-Öl oder von den Medikamenten? Das ist richtig. Ich habe gerade die Märkte gesagt. Die Märkte wollen uns in die Abhängigkeit haben, damit sie ihre Produkte weiterverkaufen. Damit sie Geld verdienen. Ja, sie wollen Geld verdienen und es muss alles schnell wieder kaputt gehen. Qualität ist ja auch nicht mehr da. Damit der Markt, ja, man muss ja immer wirtschaften und immer mehr und mehr herstellen. Das sagt ja die Wirtschaft sogar. Und unter dem Strich ist der Kunde wieder da, in dem er traurig ist, warum alles kaputt geht. Früher hieß es Made in Germany. Ich glaube, das kennt noch jeder. Heute brauchen wir nicht mehr in Made in Germany schauen, wenn man mal ehrlich ist zueinander. Wir gehen noch mal das Wort in der Runde. Und der Marc möchte direkt was dazu sagen. Marc, bitte. Ja, also ich habe da einschlägige Erfahrungen gemacht seit meiner Jugend aus. Und Bayern war das härteste Land. Mit 0,4 Gramm auf der Bodenmatte im Fahrzeug bin ich 10, 20 Jahre registriert worden. Als BTMG-Konsument an der Grenze immer das Auto auseinandergenommen. Ich halte es also für einen zu harten Gang gegen weiche Begleiter des Alltages, möchte ich mal sagen, die einem das Leben erleichtern. Das ist besser wie Bier. Ich habe keinen Kader. Es schmeckt, es erleichtert, es macht glücklich. Warum soll ich das denn verboten kriegen? Und da habe ich eine Seite im Internet dazu, wenn ich die durchgeben darf. Ja, zum Thema gerne. Das ist blau.cracker.info, blau.cracker.info. Und das gilt hier, da beschreibe ich meine Erfahrungen etwas und auch die für E-Zigarette mittlerweile bestellbaren Sachen aus dem Internet. Aber das ist halt so halblegal. Du darfst da gerne im Artikel das dazuschreiben, dass wir den Inhalt auch direkt dann noch dazu haben. Lieber Marc, wäre wunderbar. Ja, die Cannobide, wie du gerade sagtest, ein harter Vorgang. Ich habe schon mit der Polizei gesprochen, auch früher schon. Die wären sogar froh, wenn man den kleinen Kiefer, so sage ich jetzt mal, gar nicht mehr verfolgen muss. Weil es ist ja so, Einstiegsdroge war vorhin kurz das Thema. Cannabis ist nicht die Einstiegsdroge. Eine Zigarette kann schon die Einstiegsdroge sein. Es kann auch der Alkohol die Einstiegsdroge sein. Und wenn das was nicht legal ist und man möchte gerne ein Cannaboid rauchen, dann ist es doch ganz klar, dass dann jemand auf die Straße geht oder einen Freund hat und versucht, dann an das Cannabis heranzukommen. Beziehungsweise er baut es noch glücklicherweise selber an, damit er halt nicht was Gestrecktes bekommt. Denn der Dealer hat ja die Aufgabe oder die Absicht, seine Kunden festzuhalten. Das heißt, es kann auch gut sein, wenn man einen Cannaboid, Marihuana, Gras, Haschisch kauft, irgendwo, kann ja auch die Gefahr sein, dass was anderes mit reingemischt ist, weil es ja nicht legal ist. Und dann kann man auch sagen, kann das zur Einstiegsdroge werden. Und da geht es ja auch um die Qualität. Und ein kleiner Kiefer, der freut sich doch, wenn er mal seinen Joint rauchen darf, so sage ich jetzt mal, statt mit dem Alkohol konfrontiert zu werden. Alkohol macht hohl. Das ist so. Die Hirnzellen sterben ab. Auch das darf man ruhig nochmal sagen. Und Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind da. Und glaubt mal, liebe Leute, ich habe so viel Alkoholabhängige gesehen und ich habe gesehen, wie die Lunge wirklich rausgekommen ist. Und der Mensch ist verstorben. Er hat sie rausgespuckt, voller Husten. Das ist wirklich wahr. Da ist nichts untertrieben, was ich hier sage. Und das sind Bilder, die prägen mich natürlich. Und wenn man dann sieht, wie Menschen behandelt werden wegen so einer schönen göttlichen Pflanze, natürlich im Straßenverkehr muss man aufpassen. Da will man doch gar nicht reden. Muss man das nicht beim Alkohol auch? Eine Aufklärung ist es wichtig, vorbeugend zu handeln, prophylaktisch vorbeugend zu handeln. Bitte. Ich glaube, die Verbote, was Sie aussprechen, die bringen gar nichts nicht. Es wäre viel besser, mehr Kontrollen machen, auch über Alkohol und alles. Weil Alkohol am Steuer ist genauso gefährlich, als wie wenn ich THC rauche, dass ich schwindelig bin. Da muss ich nicht mit dem Auto fahren. Dann lasse ich das Auto stehen, weil ich mit dem Taxi komme viel billiger im Prinzip. Ja, nicht nur im Prinzip, so ist es auch. So, und jetzt schauen wir mal. Der Gunter ist auch bei uns. Ist er denn auch am Mikrofon? Guten Abend, Gunter. Nicht nur am Mikrofon, ich bin auch am Lautsprecher. Ja, Gunter, was fällt dir zu diesem Thema ein, Cannabis? Oh, da fällt mir eigentlich eine ganze Menge ein. Aber ich bin ja auch ein Befürworter. Aber was mich jetzt eigentlich nochmal, ich weiß nicht, habt ihr das schon besprochen, aber mich würde das mal interessieren, in welcher Art und Weise man sich das besorgen sollte, wenn man versucht, Schmerzen zu beseitigen. Also gar nicht mal das Törnen, sondern einfach die Schmerzen zu beseitigen als Schmerzmittel. Gibt das da Möglichkeiten? Ja, da gibt es sicherlich Möglichkeiten. Du hast ja deine Produkte auch da, die du hast. Und da ist auch der Franz Reutinger heute Abend da, der sicherlich auch was dazu sagen kann. Was kannst du denn bekannt geben bei dir erstmal? Bei mir kann ich bekannt geben meine Produkte, die wir haben. Muss ich nur schnell rein da. Kommt gleich nochmal, es gibt verschiedenste Produkte durch verschiedene Shops auch, die man dementsprechend nutzen kann. Ich habe ja auch eine Hanfsalbe, das habe ich bekommen vom Franz Reutinger zu Weihnachten. Und die ist sehr, sehr, sehr gut. Und ich rufe einfach mal den Franz Reutinger, mal gucken, ob er am Mikrofon ist und sage, guten Abend Franz Reutinger, dein Mikrofon, bist du da? Ja, hallo, hallo in die Runde, ich bin da, grüß euch. Ja, herzlich willkommen, lieber Franz. Franz, vielleicht magst du noch erläutern zu diesem spannenden, wichtigen Thema heute Abend? Ja, gerne. Also ich gratuliere mal den Johann, wie du auch schon sagtest, mit seinem fortgeschrittenen, reiften Alter mit 61 nach vorne zu gehen und Menschen zu informieren über die Lügen, über die Cannabis-Lüge und andere Themen, die damit zusammenhängen. Also gefällt mir sehr gut. Ich bin ein bisschen jünger, ich bin erst 61, aber beschäftige mich auch schon 30 Jahre mit alternativen Richtungen. Ja, zu CPT und ich bin bei Cannaway schon seit zwei Jahren auch dabei und ziehe dort die Produkte für meine Klienten. Cannaway einfach als Produktpalette ist einfach für mich der Qualitätsanspruch sehr gut. Genau, so wie Johann schon sagte, es gibt 5-prozentige, 25-prozentige CPT-Produkte. Ja, und bei Cannaway sind wir unter 5 Prozent, gegen 1 Prozent auch hoch. Für mich ist einfach die sanfte Lösung für Menschen, die Selbstversuche machen, ganz wichtig, dass es ganz sanft wirken kann und auch die Erfahrungen, die subjektiven Erfahrungen gemacht werden kann, weil es ist aus meiner Sicht sehr individuell, auch von der Dosis her. Ja, und prinzipiell alles schon gesagt, die Cannabis-Lüge und die ganzen Lügen unserer Eliten und industriellen Komplexe, die speziell seit Kriegsende begonnen haben, ganz massiv, 1945, wo alles Natürliche durch die chemische Industrie weggespielt wurde, wo die Politiker mitgespielt haben, die ganzen Gesetze durchgedrückt wurden von unseren schwarzmagischen Eliten in Richtung Krankheit und nicht mehr in Richtung Gesundheit, wo auch spirituell, geistig die Heilige, das Wort heilig, heilbringend, vernichtet wurde. Ja, wir sind einfach in einer Welt unterwegs, die materialistisch ist, wo alle Elitengehirne hypnotisiert sind und von Geld und von Macht und ja, von Kapitalismus und leider sind wir in einem Grenzgang und Johann kennt alte Welt Anführungszeichen noch besser. Wir sind alle manipuliert in diese Richtung bewusst geführt worden und es ist schön und gut, dass jetzt wenigstens das ZPD-Thema in erster Linie als Handteil in die Mainstream-Öffentlichkeit kommt und dass dieses Thema auch salonfähiger wird und ja, hier aktiv die Informationspolitik offener ist und man wird sehen, wie viele selbstbewusste Menschen die Eigenantwortung übernehmen und hier kosten hin, kosten her, hier sich öffnen gegenüber einer gesundheitlichen Alternative, die ein großes breitbandiges Spektrum hat. Danke dir. Ja, Gunther, noch ein bisschen Geduld, da kommst du gleich dran. Ich möchte den Johann mal das Mikrofon geben, du hast sicherlich ein paar Worte zum Franz Röttinger. Ja, ich wollte zu ihm sagen, Hans Röttinger, also ich bin erst seit jener dabei bei Cannabi, also ich bin unabhängiger Betriebspartner von Cannabi und du kennst die Produkte, du weißt auch den Unterschied von unserem Produkt und von anderen Produkten, die was mehr als 5% DPC haben, du kennst den Unterschied, du weißt, dass die natürlich viel mehr erhitzt werden und dass da sehr viel CBTA drinnen ist. Also es ist nur, bei der Heuer hat so ein Vergleich, bei 10 Milliliter sind 100 Milligramm CBT drinnen, das sind 1,2% und 685 Milligramm CBT, ah, das sind 6,8% und darum ist das Öl auch scharf. Unseres ist golden, also darum heißt es auch pures Gold, das ist so gelb und es schmeckt auch gut. Das wollte ich nur ansprechen und dass du weißt, wie lange ich dabei bin und warum ich so in die Öffentlichkeit gegangen bin, ist das, ich habe früher Vorträge gehalten von, wenn das die Menschheit wüsste. Das hat dem Paar nicht gepasst. Sie wollten mich weghaben von dieser Welt, ist ihnen nicht gelungen. Ja, zum Glück, dass du heute Abend bei uns bist. Auch diese Menschen sind eines der Bausteine, die wesentlichen Säulen für unsere Zukunft, so sehe ich das auch. Denn warum sollen wir die Wahrheit immer aus dem Weg gehen? Die Lüge sehen wir so ziemlich jeden Tag und da sollten wir uns noch überlegen, warum immer hier die Lüge im Vordergrund steht auch. Liebe Medien, habt ihr damit eine große Verantwortung und deswegen gibt es ja das Wort der Lügenpresse und Fake News. Franz, magst du was zum Johann sagen? Ja, Johann, kann man beziehungsweise das ZBD-Thema, weil es salonfähiger und diskutabler in der Öffentlichkeit wird, ist nicht mehr so gefährlich, dass man uns wegbimmen will. Aber wenn du tiefer steigst, also in die großen Zusammenhänge und hier Vorträge gemacht hast, ist es ganz klar, dass hier die Kräfte gegen dich und gegen uns wirken und dass es auch schon um Existenzvernichtung gehen kann. Dann habe ich auch alles erlebt in der Industrie, wo ich Wasserinformationstechnologien vertrieben habe in den 90er Jahren, wo ich Hunderttausende an Schilling in Chemie eingespart habe für Großbetriebe, die Wasser aufbereiten mussten. Und ich bin dann gelandet in den Logen ganz oben, wo ich eingeladen wurde von Chemieentwicklern. Und ich hatte dort die Chance, eine Stunde lang zu reparieren. Und zum Schluss sind die smarten Logenbrüder gekommen und haben in die Augen geschaut und haben gesagt, Herr Reutinger, Sie haben uns informiert, Sie sind ein junger Familienvater. Sie sind einfach genial, was Sie hier als Alternative mit Schwingungsmodulen zu Wege bringen. Aber möchten Sie eines, ich warne Sie, möchten Sie eines nicht, dass Ihre Familie gesund bleibt oder möchten Sie, dass sie gesund bleibt, dass sie nicht in Gefahr gerät. Wenn Sie das nicht möchten, rate ich Ihnen auszusteigen und spielen Sie sich ein bisschen mit dem und jenen, aber lassen Sie die Finger davon. Die Einzigen, die das entscheiden, welche gesundheitlich optimalen Produkte für die Bevölkerung und für die arbeitete Bevölkerung kommt, sind nicht Sie als kleiner Mann mit einer Vertriebsorganisation, die privat klein entwickelt ist, sondern wir bestimmen, wann solche Technologien kommen sollten. Bitte gehen Sie nicht weiter, sonst ist Ihre Familie in Gefahr. Und das ist einfach der Hammer gewesen seinerzeit in den 90er, wo ich wusste, aha, woher die ganze Entwicklung und Manipulation bis in den Schulen und bis runter zum Bürgermeister und den ganzen Behörden kommt. Dankeschön für dein Feedback. Hast du ein paar Worte? Ja, es ist sehr interessant gewesen, hier zuzuhören. Und da sieht man, wie schnell, dass man eigentlich zur Seite geräumt wird. Man muss schon aufpassen, was man sagt. Dankeschön. Nun hat es der Gunther. Gunther, du hast gerade geflaggert mit dem Mikrofon. Dein Mikrofon, bitte. Ja, ihr habt jetzt so oft von CPT gesprochen, wovon ich ja auch schon gehört habe. Ist das eine Art, seinen Körper auch zu entgiften? Und ist das auf Basis von Hanföl oder ich weiß also im Moment nicht, wofür ist dieses CPT? Ja, warte mal, ich sage, das CPT-Öl ist ein Ding, besteht aus Cannabionidensystem. Das ist das Cannabis drinnen und das ist CPT-Öl, ist ein Bier, da muss man dazugeben, ein Bio-Kokosöl aus Trägeröl, weil das Bio-Kokosöl ist vom Körper die fetteigenen Substanz am ähnliches. Und dadurch erreiche ich alle Punkte, wo es hingehen muss. Und es ist keine berauschende Wirkung des CPT, weil es nicht THC ist. Es ist ein Molekül, ähnlich aufgebaut. Ich glaube, da kann der Franz das besser sagen, wie das aufgebaut ist. Oder auch du, lieber Johann. Nehmen wir mal zum Franz in Franz. CBD, kein THC, das ist der Unterschied. Und Franz, vielleicht magst du das uns erklären. Ja, ganz einfach erkläre ich das ohne die irgendwelche chemischen Zusammenhänge für mich. Cannabis hat einen CBD-Anteil und einen THC-Anteil. Der THC-Anteil wirkt in die psychische Ebene erleichternd und entspannend, also in Richtung High und CBD, arbeitet in Richtung Körper, in Richtung Zellen- und Molekularen Zusammenhängen und Stoffwechsel. Und wir sind in einer Zeit jetzt, wo einfach Cannabis als Grundstoff hergenommen wird und das CBD wird heraus extradiert und das THC geht gegen Null. Und weil hier keine Psychowirkung mehr ist mit CBD, sondern rein auf die Körperzellen wirkt, sozusagen in gesundheitlicher Richtung und nicht mehr High macht, ist sie ja in vielen Bereichen als Nahrungsmittel jetzt zugelassen. In Österreich schwankt man noch. Das ist so meine Erklärung dafür. Danke dir, Franz. Günther, hast du das verstanden? Ich denke, gell? Ich denke schon. Nur jetzt fragt man, wo kann man sowas kaufen? Ist das jetzt im Reformhaus zu kriegen oder in der Boutique oder nur bei euch? Das kann man in verschiedensten möglichen Anbietern mittlerweile, Esoterik-Messen, spirituelle Messen, da wird das angeboten. Jetzt über Cannaway auch angeboten. Ja, also bei uns ist es so, wir melden alle an. Die können selber bestellen dann von der Firma. Wir nehmen auf, also als Vorzugskunde hat er einen besseren Preis, da hat er den Preis wie wir zu einkaufen. Dann gibt es den Kundenpreis und dann gibt es auch den Einzelpreis bei uns. Und wenn du was genauer wissen willst, meine Adresse, glaube ich. Wir haben einen Artikel geschrieben auf Okitok, ich poste gleich gerne nochmal rein. Ich schaue mal, da hast du zumindest keine Adresse. Vielleicht hast du eine E-Mail-Adresse oder was du bekannt geben möchtest. Das geben wir dann gleich bekannt. Die Musikpause, weil ich denke, eine Musikpause dürften wir eh schon machen. Sonst kommen wir mit unserer Musik heute gar nicht durch. Und Günther, noch ein bisschen Geduld, dann geben wir auch hier Kontaktdaten frei. Und würde sagen, playerfrei für den ersten Song. Und da haben wir das Narrenschiff herausgesucht. Und das ist der Reinhard May. Und das hören wir uns doch jetzt an. Bis gleich. Ja, der Reinhard May, gut war er unterwegs. Er ist gut unterwegs. Auch heute haben wir noch einen zweiten Song, den wir heute präsentieren zum Abschluss. Und anschließend haben wir gleich noch den Udo Jürgens da, der Gläserner Mensch. Auch ein Song, der sicherlich gut zum heutigen Thema passt. Um was geht es hier? Die Cannabislüge geht es. Wir haben heute jetzt schon gehört, wozu ist Cannabis gut? THC, was ist das? Das ist das, was ein bisschen die berauschende Wirkung hat. Deswegen hat man es ja auch als Droge wohl mit reingesetzt. Durch Fehlinterpretation wurden Spots gemacht, damit man wohl vermutlich die gute Hanfindustrie ausschaltet. Und dafür lieber andere Lobbyisten ans Werk lässt. Es ist einfach zu gut anscheinend, dass Cannabis, wenn wir heute in die Welt schauen, wo damals halt die Spreu sich vom Weizen getrennt hat. Mit anderen Worten, wo die Industrie die Lobby gewonnen hat, sieht man ja heute auch die Nebenwirkungen in unserer Welt. Wenn man reinschaut, wir holzen die Wälder ab, Plastik der Meere und, und, und. Wir haben Umweltschäden, die nicht wirklich gut sind für unsere Mama Erde. So denke ich. Es war jetzt hier gerade noch eine Kontaktanfrage gewesen. Also, lieber Johann, sag uns doch mal, wo man dich dann erreichen kann. Und unter krangeljohan, aber kleingeschrieben alles, also krangeljohan15.gmail.com Ja, nur einmal wiederholen. Johann Grandel. Nein, krangeljohan15.gmail.com Dankeschön. Ja, gehen wir doch mal weiter ins Gespräch. Du hast da noch einen Satz da. Welchen Weg schlagen Sie ein? Krankheit links, Gesundheit rechts, Vorsorge rechts. Danke für die Aufmerksamkeit. Das wäre mein Vordruck gewesen. Also, ich schlage den Gesundheit- und den Vorsorgeweg. Nicht den Krankheitsweg. Sollte eigentlich ein Gesundheitsweg auch heißen statt Krankheit, wenn man das auch mal auf den Punkt bringt. Ja, liebe Redner, Zuhörer, das Thema ist brisant, so denke ich. Und ja, Gunther, erstmal ist mir dir damit geholfen. Hast du noch andere offene Punkte? Gunther? Ja, ja, ich will eine Hanfhose. Ja, ist die stabilste. Da braucht man eigentlich nur eine fürs Leben, sagt man. Naja, ein bisschen übertrieben gesagt, aber es ist wirklich eine der stabilsten und vor allem naturfreundlich. So gut für Haut, noch besser wie Baumwolle, so sagt man sogar. Ja, es ist mehr so ein Gag insofern, als ich da ja auch das unterstütze, wenn da also wirklich mal eine Industrie wieder in Gange kommt. Ich will eine Hanfhose. Da wurde mir dann immer gesagt, ja, dann geh doch ins Internet, du kannst dir doch sowas kaufen und so. Und da habe ich immer gesagt, nee, die sollen mir über den Weg laufen. Das heißt also, sie muss mir ins Auge springen. Irgendwo laufe ich durch die Straße und irgendwo hängt da meine Hose und dann kaufe ich sie. Ja, warum auch nicht. Probier es. Und vielleicht wirst du ja fündig. Jetzt habe ich noch keine gefunden. Also, wie gesagt, ich gucke immer noch. Jenne, wie siehst du das Thema heute Abend? Hast du schon ein paar Worte? Ja, ich finde das natürlich sehr überspitzt, wenn man das mittlerweile sieht. In so vielen Ländern, wo das freigegeben wurde, in mehreren Ländern, wo diese medizinischen Durchbrüche da sind, die ganzen Jahrzehnte das da dann aufgedeckt haben. Und dass das dann in einigen Ländern dann so vehement gegen angegangen wird. Also, wenn ich das bei uns hier betrachte, es steht eigentlich dafür, dass es legalisiert wird. Aber andersrum fahren sie gerade die Schotten wieder hoch und gehen da gezielter darauf ein. Denn für mich ist das Zeit, dass genau das absurde Bild, wie im ganzen Systembild ist. Und ja, wird Zeit für den Wandel. Und ja, dass das auch mehr nach draußen getragen wird. Viele wissen das schon. Und die Klamotten und Industrie, ne, ganze Häuser kann man damit bauen. Dämmmaterial, was weiß ich nicht, alles Mögliche. Ja, es ist eigentlich alles nur positiv, wogegenüber dann im Laden hier das negative Alkohol steht. Was sich immer wieder als schlechtes, böses Lösungsmittel betitelt. Da gehört doch mittlerweile der Totenkopf drauf. So viel Elend und das, was da durchgekommen ist. Und ja, man kann es nicht verstehen, warum die Welt so ist, wie sie ist. Ja, ich kann auch nicht verstehen, warum das wirklich so gekommen ist. Also ich finde das eine Frechheit, dass man das wirklich verboten hat, was zu kaufen hat. Ich kann einfach nicht verstehen, dass man wirklich aus Geldgier sowas machen kann. Das kann nur Geldgier gewesen sein. Anders gibt es nichts. Ich frage mich immer, wir haben Ärzte da. Die Ärzte sind ja für die Gesundung da. Und warum öffnen Sie nicht die Komplimentärmedizin? Das ist immer meine Frage, weil irgendwo, Pharmaindustrie mag ja auch ein guter Begleiter sein, zeitweise als Stütze, jedoch auch mal zum Nachdenken, zum Überlegen, was wir wirklich heute noch verabreichen. Impfzwang soll jetzt kommen. In Deutschland schon verabschiedet ab dem 1. März 2020. Ja, ich bin maßlos geschockt über diese Dinge. Und die Ärzte machen einfach weiter, weil sie alle, glaube ich, im Hamsterrad sitzen und ihr Geld verdienen wollen. Ich denke mir, da zählt das Geld mehr wie der Mensch. Kann das sein? Das kommt mir auch so vor. Weil wenn man schaut, du bekommst ein Medikament, dann bekommst du noch ein Medikament, weil dieses Medikament greift den Magen an, das andere Medikament greift wieder das Herz an. Du bekommst Medikamente, Medikamente und du wirst nie richtig gesund. Und das, glaube ich, ist ja nur der Grund, dass du wohl arbeiten gehen kannst, aber dass du ihnen immer wieder Geld bringst. So, das fände ich als Grund. Ja. Ja, das Mikrofon gehört euch. Ja, ich würde da nochmal ansetzen, weil Gunther ja gefragt hatte, wie man da jetzt vorgeht. Also medizinisch ist es ja in Deutschland freigegeben. Da brauchst du ja nur zum Schmerzspezialisten hingehen, dir das verschreiben lassen und kannst es dir selber aus der Apotheke holen. Ja, also man muss es dann selber bezahlen. Um das bezahlt zu bekommen, ist es noch sehr, ja, aufwandsreich, das hier in Deutschland zu machen, weil das ein sehr hoher bürokratischer Weg ist, wo man ein bestimmtes Gutachten haben muss und erstellt werden müssen. Und dann kann man es auch dann noch von der Krankenkasse bezahlt kriegen, wenn man als Schmerzpatient ist. Aber andersrum, wie gesagt, reicht es, wenn du zum Schmerztherapeut gehst und dir das verschreiben lässt, dann kann man das selber schon in den Apotheken kaufen. Ja, und da würde ich noch dran setzen, dass medizinisch, wenn man das dann auch noch mal betrachtet, ist nicht, dass sich, also das Rauchen, wobei das ja dann entspannt und durch die Wirkung, aber medizinisch ist dann auch eher geraten, dann halt sich da einen schönen Tee von zu machen, der dann den Organismus gut tun kann. Danke, Janne. Marc hat auch geflackert. Und dann wollen wir noch mal den Roman auch hören. Marc und dann Roman. Ja, vielleicht als DHC-Konsument wollte ich mal berichten. Ich habe zu einer neuen Verfahrensspray bekommen aus irgendwelchen Quellen. Ein Spray, das machst du wie inhalieren und das geht dann über die Schleimhäute. Und als ich dann einen Rausch hatte, konnte ich auf einmal telepathieren. Und in diesem Rausch liege ich so auf der Couch, auf dem Sofa und telepathiere hin bis zu einem Professor, der eilig im Uni-Bereich, Areal in einem Riesengebäude, in Eisenschranken, diese Sprays verschwinden lässt. Und der telepathiert mich an. Und dann sagt er, wer bist du? Und dann sage ich halt den größten Titel, der mir eingefallen ist, Internetkaiser. Auf einmal sagt er auf den Boden, legt sich auf den Boden und telepathiert zu mir. Jetzt ist es geschafft. Es ist in der Welt für arm und reich, Cannabinoide zum Inhalieren gleich. Dankeschön für deine Geschichte. Roman. Ja, es ist schon echt entsetzlich, wie scheinheilig eigentlich, ich muss halt, ich sage halt, ich aus meiner Meinung her, die Drogengesetze doch eigentlich durchgestaltet sind. Ich würde mich viel mehr in so in Parlamenten, in Debatten freuen, wenn es halt darum geht, das auch nicht so zu debattieren, durchzusetzen, dass man auch einmal erst ab 21 Jahren generell mit Substanzen, jeder Bewusstseinsstimulant einhergeht, konfrontiert werden darf. Weil da ist erst wirklich der komplette Wachstum von Menschen abgeschlossen, auch die geistige Reife im Bilde. Darf ich kurz zerstören? Ich weiß nicht, ob meine Leitung kaputt ist oder wir haben hier auch ein Gewitter. Es kann sein, dass ich gleich ausfallen könnte. Bin ich gut zu hören? Super. Ich bin gut zu hören. Wunderbar. Dann hat Herr Roman jetzt wohl ein paar Internetprobleme gehabt. Ich probiere es nochmal, Roman. Bin ich zu verstehen? Ja. Ja, ab und zu Aussetzer. Okay. Na, es ist halt scheinheilig, die Drogengesetze von Österreich. Ab 21 Jahren sollte einfach erst einmal einer über etwas konfrontiert werden dürfen mit Stimulantien jeglicher Art. Ja, weil der Körper... Roman, du bist sehr schwierig zu hören im Moment. Also bei mir kommt er an. Kommt er an, bei mir nicht. Dann liegt es an meinem Internet, Franz. Bei mir kommt er auch gut an. Ja, dann redet mal weiter. Dann ist das wohl an meinem Unwetter, was ich hier momentan habe. Ja. Ja, es ist halt... Unsere Politiker, anstatt Probleme lösen, meinen sie das einfach mit Steuern zu bewältigen zu können. Nur Geld kann deswegen... werden die Menschen trotzdem krank mit solchen komischen Sachen, wie die Zigarettenmärkte. Anstatt man sich da Gedanken macht, nur natürliche Zigaretten, was er auch gibt, in Umlauf zu bringen, da lieber Steuern draufzusetzen. Ja. Natürlich will ich es nicht den Hauptaufmerk auf die Tabak richten. Klaus und Jan haben es ja auch erwähnt, bei dem Thema, wo wir heute sind, man kann Cannabinoide und alles ja auch Essen oral einnehmen. Und da möchte man mal vielleicht zurück zum CBD und DRC kommen. Da ist mir auch etwas ganz wichtig zu erwähnen. Natürlich kann man auch etwas aus einer Pflanze extrahieren, wenn man einen gewissen Stoff, einen gewissen Effekt braucht. Aber ich möchte davor warnen, nur grundsätzlich das DRC zu trennen, weil ich finde, das CBD und das DRC gehört zusammen. Die Qualität des Ganzes ist dann wirklich wichtig. Als Beispiel, wie damals das Heilmittelverbot, das Pflanzenheilmittelverbot, ja durchgebraucht werden wollte in Österreich, was auch geschafft worden ist, hat es Petitionen gegeben. Die habe ich verteilt und bin da unter unseresgleichen von Heilpraktikanten und lauter so Menschen auch wirklich zu 50% angefeindet worden, dass ich keine Unruhe stiften soll und so Sachen. Und was ist passiert? Das Beinwell ist zum Beispiel dann verboten worden. Wie komme ich da jetzt auf das mit CBD und DRC trennen? Man hat das Beinwell nicht gänzlich verboten, sondern auch wiederum eine runtergezüchtete Pflanze dann erlaubt. Wenn man mal erlauben darf, eine Wirkungsweise von Beinwell zu erzählen, die größte Folge erwähne ich gar nicht, weil da halt Mitleid zu so vielen Phantasten und verrückt. Ich werde mir nur das Geringste erzählen, was ich mit meiner Ex-Frau erlebt habe. Die hat es leider nie lassen können, wenn der Hund auf einen zukommt, den Besitz zu fragen, dass man streicheln sollte. Ja, und dann ist sie natürlich gebissen worden. Sie hat sich von mir den Beinwellbrei, den ich wirklich gut herrichten kann, sehr versiert bin in dieser Kunde, nicht anbringen lassen, warum auch immer. Das ist auch kein anderes Thema. Sie hat sich lieber von der Apotheke eine Heilsalbe nehmen lassen, geschweige denn, dass sie es nähen lassen hätte sollen, die Wunde. Sie war so eine stolze Schamanin, sie kann das mit ihrer eigenen Kraft machen, hat sie geglaubt. Aber irgendwann, nach einer Woche, hat sie gemerkt, sie kann es nicht, mit ihrer eigenen schamanischen Kraft. Hat sie sich die Heilsalbe geholt. Nach der dritten Heilsalbe aus der Apotheke habe ich dann ihre Hand gepackt, habe ihr den Brei raufgeschmissen, und nach fünf Stunden war die Schwellung weg. Die Hand war drei Wochen aufgeschwollen, wie ein Gummihandschuch, den man aufblast. Soviel zu dem Wundern, was man erlebt, wenn man Pflanzen als Ganzes auch benutzt. Obwohl, ich will CBD, aber deswegen jetzt auch die Wirkungsweise nicht schmälern. Das ist sehr, sehr wichtig. Ich habe auch gesehen, wie man Tropfen aus Bastikern verabreicht, die haben dann zum Zittern aufgehört. Die haben auf einmal wie ein normal sitzender und sprechender Mensch reden können mit mir und haben keine zuckende und lallende Worte mehr gehabt. Das ist eben wirklich so zu unterstützen und die Krankenkasse endlich anzuhalten, dass das legalisiert wird, gefördert wird. Da möchte ich vielleicht, ihr kennt ja auch den Förderverein für Hanf- und Altenhilfe, Lebensweisen von Doris und Thomas Fischer. Die bieten ja auch das an zu guten Konditionen. Hast du da Erfahrungen zu den zwei, lieber Johann? Und genau, es fällt mir das mit dem Auto ein, weil es ja in einem Wohnwagen wohnen, das war. Ich habe das tolle Video audiomäßig uns gezeigt, wo man mit dem Hammer draufhaut und das geht in die ursprüngliche Form zurück, nur durch die Hanf-Karosserie. Da habe ich, der Klaus hat ja erwähnt, da gibt es eine Kommentarfunktion bei einem Artikel. Da habe ich bei den Kommentaren ein Video verknüpft, das heißt, das Milliarden-Dollar-Kraut. Beste Doku ever. Okay, da möchte ich in die Runde zurückkommen auf die Frage hin zu Johann, wegen eben dem CBD. Natürlich ist wichtig, auch einzelne Öle davon zu haben, aber dass man halt auch schaut, dass man auch schaut, dass es nicht verteufelt wird, das THC. Ja, wollte ich auch mal sagen, ich bin ja THC-Konsument. Frank? Ja, Hockitok hat sich vertschüsst. Die Aufnahme läuft noch. Okay, dann mach du vielleicht Fragen gleich da. Ja, ich kann mir dir beipflichten, Roman. Im Prinzip, also ich habe persönlich von 14 an einfach eine Unverträglichkeit mit Cannabis bis jetzt. und ich habe also eher negative Erfahrungen auf mein Befinden erlebt, aber das ist individuell und das hat einfach mit einer persönlichen Struktur zu tun und du hast sicherlich recht, Cannabis als gesandte Pflanze mit THC und ZBD wäre und ist die richtige natürliche Funktion, weil wir Menschen sind ja eine Dreiheit, jetzt mal auf der Ebene zum Beispiel Psychik, Gehirn, Organ, wenn man ganze Runden und spirituelle Ebenen erweckt und natürlich Psychik, Gehirn, Organ ist eine Dreiheit, die das Gleichgewicht finden muss und wenn Cannabis als gesamte Pflanze in der richtigen Dosierung und Situation und Ungleichgewicht einnimmt und sie macht psychisch einfach Entkrampfung und macht auf der körperlichen Ebene einfach Unterstützung hier zellulär in die Mitte zu kommen und die Zellfunktion zu optimieren ist ganz sicherlich das Optimum ganz ohne Zweifel bin gleicher Meinung Ja das ist gut dass du das erwähnst dass es auch wirklich Menschen gibt die das auch wirklich nicht vertragen das darf auch nicht zu kurz kommen ist oft ein geringer Prozentsatz das kenne auch bei den Brennnessel Kuren da werden wir aufpassen müssen bei manchen Leuten wo die Brennnessel so eine wundertolle Pflanze ist kann man auch die nicht immer bei jedem benutzen und so gut dass du das auch erwähnt hast ich ich finde die kriminalisierung von konsum dessen finde ich schlimm wollte ich nochmal einwerfen aus meiner erfahrung ist prinzipiell eines also von der Kabale und von dem mental genialen industriellen Komplex und das gesamte System in dem wir eingebettet wurden und die Eigenverantwortung uns entzogen wurden und wir wurden manipuliert und hypnotisiert ist einfach eines klar alle mittel die psychisch arbeiten und down machen zu machen die wie so zu von alkohol zum beispiel sind legalisiert damit wir als bewusstes wesen einfach zu sein und nicht klar denken können und alle mittel die high machen die einfach mehr bewusstseins möglichkeiten schaffen sind verboten damit wir ja nicht realisieren was menschsein und meine existenz bedeuten könnte und dass wir in ein zinssklaven system eingebettet sind und das ist einer der haupt polaren gründe warum wir über die psychounterstützenden high produkte die gesundheitlich uns entspannen und die uns einfach in die mitte bringen mit dem ganzen stress verboten sind und alle drogen die zur machen und einfach dämpfen legalisieren sind so meine sicht ich versuche über skype mit dem klaus kontakt aufzunehmen ich hätte vielleicht noch so eine frage vielleicht in den raum zu werfen ob persönlich oder auch ihr welche kennt die was mit diesen therapeutischen maßnahmen mit cbt und so schon erfahrung gehabt haben und welchen krankheitsbildern zum beispiel auch und so dass man da vielleicht ein paar erfahrungsberichte noch ein bisschen mehr hervorglauben könnten der eine doktor hat gesagt depression schmerz burnout torrett gicht palliativ kann damit behandelt werden also ganze palette an krankheiten praktisch es gibt jetzt einen neuen pilz ein baumschwamm der schmeckt nach kaffee das ist wie phantasia gewächs nach milchkaffee schmeckt der berauscht wie THC und heißt luciferia den haben es irgendwie ganz neu in der natur da sind wir wieder beim thema luciferia also der gegenpol zu satanissa also zum materialismus im vergleich zu zu high und einfach die mitte zwischen den beiden polen zu reden ist ja super also genau schön wenn es das schon jetzt in diese richtung gibt ja das habe ich mit bekommen crypto der admin klaus glatzel ist wieder da ich habe jetzt mal kontakt aufgenommen und warte auf die antwort einfach einmal bei skype ich finde es auch kurios oft wie die kirche selbst die besten heilpflanzen mit teufelsnamen versehen haben so wie trudenfuß und was der teufel eben nicht alles ihnen da eingefallen ist die umso furchtbarer und teufelischer der name der pflanze umso eilkräftiger ist sie zuhauf ja so mag es sein das wurde verteufelt was nicht tragbar war was du hörst was dich irgendwie stört das ist durch den erleuchteten manchmal so hart gesagt dass es durch die vier evangelikalen gerne verblümt dargestellt wird also ich muss ganz ehrlich sagen ich bin auch total froh dass ich diese hemmschwelle nicht habe THC nicht zu konsumieren das ist einfach das highlight für mich leute aber wenn ihr das nicht vertragt wenn es illegal ist oder wenn es irgendwie keine klare struktur der quelle hat dann lasst doch die finger davon und hört auf den nächsten der euch ein meister ist klaus bist du noch hier die musik ist abgebrochen ja dann lass uns mal wieder übernehmen ja genau ich werde meinen klaus mit dem telefon jetzt anrufen vielleicht unterhalten ich werde über das thema weiter einfach ja nee ich wollte eigentlich nur mal hören das war doch nicht udo jürgens nee das war udo jürgens eines seiner letzten lieder man der hat ja eine ganz andere stimme aber ich hab naja gut wenn er das war aber ich hab eben gedacht das kann doch nicht udo jürgens gewesen sein aber doch wenn er das war okay ein gutes lied ja also ja das habe ich auch noch nie gehört der gläserne mensch ja naja deswegen das hat ja alles erschwert diese damals wie ich aufwachsen bin da waren wir mit 16 bis 18 da sind wir durch die stadtparks eine clique zum nächsten clique wir waren halt eine clique und jeder hat nach nach einbruch der dunkelheit geschaut dass er da einen vertreter hatte wo dann der handel stattfand von THC oder auf technopartys und dann immer ausschau gehalten aber du bist halt bei diesen illegalen vorgängen ist es ja dann ständig unter druck und es wird kriminalisiert und es kann auch die qualität leiden des produktes wenn es nicht von apotheker oder arzt ausgehändigt wird das ist ja das problem gewesen deswegen habe ich dann auch 30 jahre damit aufgehört es war eine schöne zeit hallo also ich habe mit dem klaus telefoniert bei denen ist jetzt alles platt es tut den johann vor ihm sehr laut und vor ihm an klaus jahre beide richten euch alle liebe grüße aus sie bedanken sie für die große beteiligung und den interesse was ihr gesagt habt und ja wir werden sicher auch bald wieder was hören sicher von johann es war ja die sendung sonst abklingen lassen ich hätte vielleicht noch mein wir kiffen mario an lied ein zum spielen was hältst davon du kannst es am schluss rausschneiden wenn es dem klaus nicht gefällt wenn es jugend und gesellschaft fähig ist dann okay ja ist es schön ich würde ich würde es gerne einspielen machen wir es einfach rein da klaus entscheidet okay okay dann würde ich sagen jenne deine abschließenden worte frank gunther crypto wir machen die abschließenden worte fertig verabschieden uns und dann spiele ich ein super idee wale bitteschön ja dann verabschiede ich mich doch schon mal tschüss und auf wiederhören an den zuhörern und wir werden die sendung sicher wiederholen oder neu auflegen und bis dahin alles gute und tschüss franz hast du auch noch was ja im prinzip es ist einfach so aus meiner sicht mit dieser dreiheit psychisch gehirn organdhema es ist interessant das körperliche gewalt von den eliten zum glück gesetzlich schon so weit zurückgedrängt ist wie es gehört wenn ich nur zurückdenke an meine schulzeit der körperliche gewalt von unseren pädagogen an der tagesordnung aber was immer noch offen ist ist die psychische gewalt und die emotionale zersetzung die ganz schön fahrt aufgenommen hat in den letzten 30 jahren und das ist natürlich der grund warum dann körperliche symptome druck symptome entstehen und durch die freigabe der psychischen gewalt der emotionalen zersetzung die wir vom politikersystem ja mitbekommen siehe nur wie fertig gemacht wurde unser strache mit allen fehlern aber was so ein mensch an zersetzung miterleben muss oder auch von der identitären bewegung der selna wenn ich verfolge welche gesellischen grausamkeiten gang und gäbe sind die menschen zertreten werden ist einfach an der tagesordnung auch im beruflichen und hier ist cpd das freigegeben wird das cpd thema ein ganz wichtiger zukünftiger vielleicht etablierter beginn weil wenn ich cpd regelmäßig nehme dann kann trotz dieser psychischen gewalt und emotionalen zersetzung die an der tagesordnung ist die eine bremse reintun die dann auf der zellulären ebene gebremst ist und somit ist auch die wirkung der vielen vielen menschen sehr sehr positiv weil die symptome kommen zu 80% aus meinen erfahrungen als energetik in den letzten 25 jahren aus dieser psychischen zertretung und emotionalen zersetzung und da hilft cpd sehr stark dass dieser dieser druck in den zellulären ebenen nicht zu fuß fassen kann das wollte ich nur sagen ich möchte mich auch bedanken bei euch einen schönen abend wünschen und den johann alles gute und den klaus auch danke sagen für die plattform und wir werden uns wieder hören macht's gut tschau danke franz es war sehr passend zum thema guter anhang zum schluss gut du hast auch noch einen schönen anhang zum ende dieser sendung ja ich habe ganz interessiert zugehört und fand das auch ganz interessant ich hätte da natürlich schon auch noch ein bisschen aber wir können ja du machst ja eine aufzeichnung deswegen können wir da nicht so locker reden wie einem der mund gewachsen ist sag ich mal so naja wir können ja noch in den nacht ganz genau schaut können sie alle noch in den nacht dann rein wie gesagt am jingle können wir jetzt nicht einspielen aber der wale der wird jetzt dann am schluss eben wie besprochen jetzt noch sein ständchen präsentieren ich finde vielleicht wir müssen eben wirklich aufpassen dass die lizenz noch auch vielleicht dazu ja wenn es an monsanto geht weil wenn es um die legalität geht geht es auch bei einer pflanze um die freiheit ob die pflanze in bezug zu menschen auch frei benutzbar ist nicht nur legal und ja vielleicht schaut morgen auch wieder rein zu radio ocki tag um 20 uhr da ist der kampf hinter den kulissen haben wir auch schon mal so them gehabt mit ihm war sehr interessant vielleicht am dienstag noch da ist ein tolles thema jeden tag aber das möchte ich vielleicht noch erwähnen der peter zimmermann kommt mit thema alicia und sterblich wie schaut der mensch einfach in der zukunft aus im jahr 2060 und so wie entwickelt sich der mensch mit verknüpfung von computertechnik und so weiter und so fort okay dann gehabt euch alle wohl ja weil ich draußen miteinander danke fürs zuhören und mit den ständchen von vale schließen wir jetzt diese schöne sendung ab ich möchte noch ein heim geben das lied gibt es auch bei blau.cracker.info neben 20 hits zum thema internationalen thema legalize it don't criticize it und ich fahre jetzt ab oder okay das war das selbstverantwortliche wale und gute nacht ihr lieben da draußen da drinnen bis morgen wieder bei radio okitok okitok von mesh to mesh bis binnen zwei bis 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020